ja willkommen in diesem teil von dem watcher tutorial wenn ihr die anderen teile nicht gesehen habt es geht darum dass wir hier ein plakat erzeugen wollen ich zeige das gerade mal hier ganz kurz machen wir mal unseren screen etwas größer und zwar das ist ein filmartiges plakat mit verschiedensten advanced techniken in photoshop die ich hier euch im prinzip im rahmen von so einem mehrstufigen tutorial zeigen möchte und ihr seht es wir haben hier ein gesicht und wir sind jetzt gerade in dem teil wo wir den rechten bereich von diesem gesicht im prinzip weitestgehend fertiggestellt haben ich mache mal hier die referenz wieder aus das auge ist schon vergrößert die rechte gesichtshälfte ist schon stück vergrößert das ganze gesicht wabert schon ein bisschen auseinander und jetzt wollen wir im nächsten teil das auge hier ein bisschen besser anpassen und wir wollen die haare den übergang der haare etwas besser machen und dabei lernen wir heute eine ziemlich coole technik kennen die ich eigentlich ständig einsätze für alle möglichen dinge um eine viel höhere realistische wirkung meiner bilder zu erzielen ok den wir einfach direkt drauf los wenn ihr seht wir haben im letzten teil die retusche hier gemacht mit dem für das auge um hier wieder ein bisschen struktur reinzubringen und ich möchte als allererstes mal diese beiden teile also meine retusche die hier auf der getrennten ebene liegt und der teil der hier unten drunter ist also das eigentliche bild diese eigentliche bildvergrößerung diese beiden teile möchte ich als allererstes mal miteinander wieder vereinen wichtig dabei ist dass ihr darauf achtet dass ihr alle ansätze die ihr jetzt an übergängen hier mit einer ebenenmaske bereits erzeugt habt dass er diese ansätze alle schon fertig habt macht zur sicherheit einfach mit command j erstmal noch eine kopie von eurer ebene falls was schief geht denn wenn wir zwei ebenen miteinander vereinigen mit der schiff taste beide auswählen und dann mit command e oder steuerung eben beim pc die miteinander verbinden dann seht ihr verliere ich die ebenenmaske und wenn die ebenenmaske weg ist naja dann kann ich natürlich jetzt nicht mehr nachjustieren an der stelle deswegen habe ich hier unten noch mal eine kopie und dann merkt man tatsächlich wenn ich die einschalte schaut wie mein bild sich leicht verändert dass die ebenenmaske eben beim berechnen hier teile auch ein bisschen verändert hat in meinem fall passt jetzt alles ganz gut kein problem ich kann also meine kopie löschen verliert die nicht so und jetzt wollen wir uns hier um das auge ein bisschen kümmern und im nächsten schritt dann noch um die haare bei dem auge merkt ihr haben wir eine eigenschaft die pupille ist nicht mehr ganz rund das haben wir durch die verzerrung am anfang ein bisschen verschoben anscheinend und um das ganze jetzt wieder einigermaßen rund hin zu bekommen und so dass das auge wieder realistisch wirkt und nicht so komisch verbogen ich möchte nicht so ein comic look haben sondern eher vielleicht so ein alien digital look dazu möchte ich das auge jetzt hier noch ein bisschen anpassen ok wie funktioniert das ob sich gerade da habe ich anscheinend meine ebene irgendwie nicht richtig weggelöscht immer gerade noch mal ziehen die noch mal hier in den mülleimer so jetzt ist wirklich weg so wie funktioniert das und zwar wir haben bis jetzt immer mit einer technik gearbeitet die verformen heißt und an der stelle möchte ich diese technik jetzt mal verlassen ich mache das auch nicht mit der zweiten technik die wir bereits kennengelernt haben nämlich hier dem formen gitter sondern ich mache das jetzt mit einer dritten technik und gerade in den neueren versionen von photoshop wird diese dieses tool eigentlich immer weiter ausgebaut und zwar findet ihr das tool was wir verwenden wollen hier auf der filter im filter menü und das heißt verflüssigen wenn ich das öffne dann seht ihr wie das bild aufgeht da legt sich ein ganzer dialog über mein photoshop drüber der ist mindestens noch mal so groß wie photoshop an sich und dieser verflüssigen dialog der ist hier rechts im prinzip hat er seine einstellungen was da wichtig ist der obere teil ist der teil in dem ihr regelt wie groß euer werkzeug ist und wo euer werkzeug eingreift so dann haben wir hier verschiedene sektionen für speziellere geschehnisse geschehnisse zum beispiel gesichtsbezogenes verflüssigen da kann ich meshes speichern ich kann maskierung optionen einstellen ich kann die anzeige optionen verändern also ich habe hier zugriff auf ganz unterschiedliche aspekte des verflüssigens und hier links seht ihr da habt ihr die werkzeuge mit denen ihr verflüssigen könnt also die mit denen ihr sozusagen regelt was ihr macht und für uns ist dieses mitziehen werkzeug gut und wenn ihr fehler gemacht habt dann auch noch das rekonstruktions werkzeug aber wir verwenden als allererstes mal das mitziehen werkzeug und mit command plus zum ich mich jetzt einfach mal so ein bisschen hier an mein gesicht ran ich möchte jetzt ja hier erst mal dieses auge so ein bisschen ja wieder realistischer man dass das hier oben nicht so eine komische dalle hat und dass die pupille ein bisschen runder ist und dass das auge vielleicht auch ein bisschen flacher wird und jetzt zeige ich euch was ganz spannendes wenn wir nämlich mit gesichtern arbeiten dann haben wir hier gesichtsbezogenes verflüssigen als ein optionspunkt und da seht ihr dass die unterschiedlichen teile die in einem auge drin sind also die augengröße die augenhöhe die augenbreite die augenneigung und der augenabstand dass ich die mit einer form von künstlicher intelligenz hier im prinzip verändern kann also machen wir doch einfach mal gucken ob wir das hinkriegen und dann muss ich als allererstes mal schauen dass überhaupt das gesicht erkannt wird und ihr seht an dieser stelle habe ich jetzt gar keine möglichkeit diesen dialog aufzurufen warum weil dieses gesicht nicht als gesicht mehr erkannt wird also das bedeutet ich kann hier im prinzip diese regler nicht verwenden und muss mich wieder auf das ursprünglichere auf das eigentliche werkzeug hier verlassen als auf das werkzeug bei dem ich sozusagen gezielt eingreifen kann ich mache jetzt hier erst mal eine sehr sehr kleine pinsel spitze vielleicht nicht vier aber so in dem größenordnung und jetzt kann ich hier einfach zack die linie so nach oben mal guckt mal wie das jetzt runder wird wenn ihr einen größeren pinsel hat beeinflusst ihr natürlich einen größeren teil vom bild zeigt das jetzt hier mal so und ich möchte aber ja die linie ausgleichen deswegen mache ich das nicht mit diesem großen werkzeug wo ich so viele pixel verschiebe ich hole mir nur hier diese dunklen punkte und die ziehe ich einfach ein bisschen hoch okay das sieht das schon ganz schön aus so insgesamt werden die pixel dadurch ein bisschen weicher da müsst ihr so ein bisschen aufpassen und jetzt hole ich mir hier einfach die pupille macht die ein bisschen größer noch so und runder man sieht es ganz subtile veränderung eigentlich dann holen wir hier die untere kante vom auge so ein bisschen hoch dass das auge ein bisschen schmaler wird insgesamt insgesamt gehen wir hier noch mal an den punkt dran so und wenn ihr jetzt etwas größeren pinsel einstellt na der war jetzt deutlich zu groß so gucken wir noch mal dann kann ich hier das gesamte auge noch mal nachformen so machen wir das hier suchen wir uns mal ein bisschen raus und nehmen vielleicht hier noch ein bisschen die augenbraue hinten nach unten und ihr merkt ich wähle ja oder ich arbeite ja jetzt nur auf dieser rechten ebene ich kann also nur auf den rechten teil von dem gesicht jetzt gerade beeinflussen so wir können natürlich auch auf der anderen ebene arbeiten aber das müssen wir in einem zweiten task machen so jetzt machen wir hier den mund noch ein bisschen schmaler die nase ziehen wir noch ein bisschen runter ihr müsst aufpassen dass ihr nicht so ein comic artigen style erreicht das ist einfach wichtig dabei weil sonst das ganze hinterher eben einfach wirkt wie eine karikatur und das möchte ich ja nicht haben okay so ich lasse es mal dabei ziehe hier noch ein bisschen die augenbraue runter achte darauf dass ich nicht das auge dabei zu sehr mit verformen so das augenbrauch ist man sehr sehr wichtiger punkt in dem gesicht und die augenbraue ja sehr stark sozusagen im kontrast steht und deswegen möchte ich aufpassen dass das hier nicht zu sehr dass sie zu sehr sozusagen schief ist oder irgendwie im gesicht an die falsche stelle lenkt den blick an die falsche stelle lenken so ist ganz gut ziehen wir hier noch wissen die pupille raus okay und hier noch ein bisschen hoch und jetzt sehen ich habe jetzt mit ganz subtilen mit ganz subtilen schritten im prinzip das auge so ein bisschen angepasst und das ist eigentlich das ziel dabei dass wir mit subtilen einfachen schritten hier arbeiten und nicht brachial klar ihr könntet natürlich das ganze auch als comic werkzeug verwenden und könnt natürlich da extreme veränderungen im gesicht da rein zaubern vielleicht zeige ich euch mal ganz kurz ja was könnte man machen wir könnten das auge so aufblasen hier mit dem aufblasen werkzeug man könnte sein auge nach vorne kommen lassen dann seht ihr wie das da raus geht aber das ist eigentlich nicht das ziel von diesem tutorial was ihr auch machen könnt ihr könnt das auge auch nach innen implodieren lassen auch das geht merkt man da wird der blick zu stechender aber auch das möchte ich ja eigentlich nicht machen so und wenn ihr einen fehler gemacht habt dann könnt ihr hier mit diesem rekonstruktions werkzeug das was ihr drauf gemalt habt seht ihr auch wieder raus malen haben wir aber auch wieder rückgängig weil wir haben sie angepasst mit absicht und das letzte was ihr an werkzeug da zur verfügung habt oder nicht das letzte aber auch ein zusätzliches werkzeug ihr könnt natürlich auch solche effekte machen dass ich jetzt hier drauf gehe und ganze teile anfangen zu verdrehen machen wir es mal ein bisschen kleiner sich das mehr hier um das auge herum bewegt damit könnte ich jetzt so eine spirale in das auge zum beispiel rein drehen sowas würde auch gehen wenn ihr dabei noch die maus nach oben und unten bewegt dann wird diese verschoben und jetzt sieht das auge natürlich sehr künstlich aus wollte ich aber gar nicht erreichen deswegen lasse ich das einfach mal auf seinem original zustand sollen jetzt gucken wir mal gerade hier unten noch die stelle sehe ich die möchte ich vielleicht auch noch ein bisschen adaptieren und ihr müsst aufpassen ach ne halt ich bin ja noch in dem drehmodus ihr müsst aufpassen mit diesem werkzeug zeichnet ihr eure pixel weich da müsst ihr einfach wirklich darauf achten dass ihr nicht zu sehr eure strukturen damit verliert so jetzt ist besser okay wenn ihr abgeschlossen habt sagte einfach okay und dann passt das jetzt hat sich mein gesicht angepasst also nicht meins sondern das hier von unserem charakter so und jetzt können wir das gleiche zum beispiel auch noch mit der linken gesichtshälfte machen aber achtung da haben wir ja noch unseren glitch effekt das heißt wir müssten diesen glitch effekt eben auch mit verändern und weil ich das nicht machen möchte weil ich nicht sozusagen alles auf einmal verändern möchte und an allen ebene noch rumjustieren für mich passt das so lasse ich das auge jetzt hier so schalte mir das mal so insgesamt ein schauen wir mal an wie das so passt und merke jetzt okay da unten die nase der übergang das ist nicht so richtig gut da merkt man hier kommt zu sehr aus diesem bild die nase wird dazu krumm eigentlich also retusche nochmal die dings drauf einer ebenenmaske drauf brush auf die ebenenmaske drauf und wir nehmen hier einfach teile weg von unserem veränderten gesicht so dass die nase hier aus dem original mehr raus kommt so vielleicht so und dann haben wir ja hier unten noch diesen jetzt verschrobenen mund das möchte ich jetzt gerne auch noch justieren und da müssen wir mal gucken wie wir das jetzt am geschicktesten angehen weil ein teil vom mund liegt ja hier drauf und ein teil vom mund liegt hier drauf und ein teil vom mund liegt hier drauf und jetzt müssen wir mal gucken wo wir uns die teile her holen oder welche teile wir verwenden ich würde tendenziell versuchen eigentlich gerne den mund insgesamt ein stück nach rechts zu rücken jetzt könnt ihr mal gucken wenn ihr alle drei ebenen auf einmal auswählt dann kann man leider gottes den verflüssigen dialog nicht verwenden das funktioniert nicht ich könnte jetzt aber die transformation verwenden und ihr erinnert euch wir haben das ja jetzt schon mehrfach gemacht ich habe jetzt die transformation ausgewählt und wir gucken hier können wir jetzt diesmal aber leider gottes auch nicht unser unserer verbiegen variante wählen geht auch nicht und bei dreien jetzt haben wir noch eine dritte möglichkeit wir könnten gucken ob wir das formgitter anwählen können da seht ihr geht auch nicht nur also das heißt wenn ihr über mehrere ebenen hinweg arbeitet dann habt ihr eigentlich keine andere möglichkeit außer die einzelnen ebenen tatsächlich anzufassen und diese einzelnen ebenen zu verändern ich mache das jetzt mal an der stelle und zwar hole ich mir dazu noch mal eine hilfslinie in die mitte vom gesicht dann merkt man also schief ist es eigentlich gar nicht hier unten müsste vielleicht der mund so ein bisschen hoch gehen noch der liegt ja im wesentlichen eigentlich hier auf dieser ebene und da weiß ich könnte ich jetzt zum beispiel hier mit meinem formengitter schnell arbeiten ihr erinnert euch können wir ja diese punkte feststecken ich nehme mal hier die zwei stecke ich mal fest und den ziehe ich so ein bisschen hoch und dann merkt man dann verändere ich auch den ganzen rest vom gesicht also stecken wir noch mehr punkte fest zack der war zu nah dran dennoch noch immer noch zu nah dran gehen wir hierhin jetzt hat dann aber gemacht so und dann nehmen wir den noch dass der sich auch nicht verändert jetzt kann ich hier den mund ein bisschen nachjustieren ohne dass der das gesicht so stark verschoben wird ok und das gleiche kann ich jetzt auf dieser ebene auch machen sagen wir mal so soll das bleiben hier ziehen wir vielleicht die nase noch ein bisschen raus dann müssen wir das auge noch fester stecken sich das nicht zu sehr verändert so nehmen wir mal den teil fest und holen wir hier den punkt noch ein bisschen raus gucken wir mal wie das aussieht das ist ganz gut bestätige ich das ganze und jetzt nehmen wir die linke seite vom gesicht noch dann suchen wir uns daran und die linke seite vom gesicht liegt ja hauptsächlich sozusagen hier auf dieser ebene auch die können wir natürlich mit dem formengitter bearbeiten so und da setzen wir die nase fest zack und hier überhaupt den gesamten teil vom gesicht setzen wir fest dass der sich nicht so stark verschiebt das kind setzen wir fest da waren wir zu nah dran so und jetzt kann ich hier den mund versuchen auszuwählen mal gucken wo ich da einen punkt erwische da bin ich leider jetzt zu nah dran mit meinen festhalte punkten ich mache gerade mal noch die paar rückgängig oder beziehungsweise geht wahrscheinlich schneller wenn ich es kurz abbreche und nochmal das formengitter neu aufnehme aber hier oben die nase dann halten wir hier die seite fest und halten mal die seite fest und gehen hier an den mund dran sind immer noch zu nah ok also dann müssen wir mit ein bisschen anderen optionen arbeiten und zwar möchte ich dann einfach hier meine dichte erhöhen mit mehr punkten jetzt wird das formengitter dichter und jetzt müsste ich hier eigentlich ein punkt rein kriegen dann seht ihr das funktioniert so und den und den setzen wir fest und jetzt kann ich den hier verwenden und kann den mund noch ein bisschen anpassen kann ihn noch ein bisschen schmaler machen so die nase noch ein bisschen schmaler machen gucken wir uns wieder das gesamte bild an wie das jetzt aussieht in relation zueinander ja da bin ich schon ganz nah eigentlich an dem was ich haben möchte den mund machen noch ein bisschen extremer noch ein bisschen schmaler ok ok können wir den vielleicht zu wählen jetzt gucken wir mal wie sich das überlagert mit dem glitsch effekt der spielt da gar nicht so stark rein der glitsch effekt sieht man hier an der nase die nase wird dadurch schmaler schmaler gemacht ich könnte jetzt also diesen ganzen glitsch effekt einfach mit dem schiebe werkzeug ein bisschen nach links schieben und damit das ausgleichen wunderbar so damit haben wir eigentlich jetzt einen super zustand erreicht für das grundlegende gesicht erst mal eigentlich genau das wo ich hinhaben das gesicht hinhaben wollte insgesamt könnte der kopf links noch ein bisschen breiter werden das heißt also hier den teil könnten wir noch ein bisschen nach außen ziehen das können wir vielleicht gerade mal noch machen dass wir das auch wieder mit unserem formen gitter hier probieren sagen okay wir nadeln den kopf hier in der mitte fest so da möchte ich keine veränderung haben zack ich möchte auch hier nach möglichkeit wenig veränderung haben so und hier den punkt den möchte ich aber nach außen ziehen dass der kopf insgesamt bisschen breiter wird in dem teil so wenn ich wieder zu nah dran also müssen wir das formen geht ein bisschen dichter machen so und dann holen wir hier den punkt noch ein bisschen raus achtung das auge wird da ein bisschen zu weit nach außen gezogen unter umständen also zu stark asiatischen einschlag aber so ist es doch ganz schön eigentlich okay passt prima schalten wir es aus glitscheffekt an okay bis dahin alles gut jetzt machen wir noch den h ansatz und beim h ansatz möchte ich euch ein ein sehr cooles arbeitsverfahren zeigen und zwar hier haben wir ja so eine lücke drin die ist relativ einfach zu lösen ich schalte den glitscheffekt nochmal weg dass ich die original haare bekomme ich suche mir jetzt hier einfach an wo kommen die haare hier runter merkt ja die würden sich ja hier noch drunter legen und die haare brauchen wir auf der ebene da kann ich direkt auf der ebene arbeiten mit dem stempel werkzeug mache ich das dann hole ich mir hier mit gedrückter alt taste einfach so ein paar pixel her und arbeite die mal da rein dass erstmal diese ecke zu ist jetzt möchte ich aber hier gerne auch noch so ein bisschen so haare haben die ein bisschen wilder da umher stehen und auch hier oben wo wir vorhin diesen übergang gemacht haben möchte ich die haare so ein bisschen besser anpassen noch so wie funktioniert das und zwar machen wir das mit einer weiteren advanced technik in photoshop immer hier gerade die hilfslinie raus wir machen das mit eigenen pinsel spitzen ja und ihr kennt ja jetzt schon die pinsel spitzen die ich jetzt verwendet habe hier sind immer diese runden pinsel spitzen wie ihr seht bei mir sind sehr sehr viele pinsel spitzen installiert also photoshop kann mehr als nur eine pinsel spitze ihr könnt wenn ihr ein adobe cloud abo habt euch eben auch entsprechend pinsel spitzen runterladen von verschiedenen herstellern die solche pinsel spitzen anbieten meine erfahrung ist ich brauche von all den pinsel spitzen die ich habe nur sehr sehr wenige und meistens brauche ich welche die ich ganz spezifisch für einen bestimmten arbeitsschritt brauche und die erzeuge ich mir dann selbst wie wir das machen das zeige ich euch jetzt mal hier im ansatz pinsel spitze an sich ist schon teil von ganzes tutorial ich mache mal folgendes ich gehe mal hier in meine referenzebene rein und erzeuge mir dort einfach erstmal eine leere ebene und auf diese leere ebene da packe ich die vordergrundfarbe weiß und das machen wir mit option backspace fülle ich einfach die vordergrundfarbe weiß hier in diese fläche ein mache ich einfach nur dass ich das ding später besser auswählen kann wenn ihr euch jetzt seine haare anschaut dann haben die ja alle so leichten bogen und ich möchte mir so ein haar einfach mal malen mache ich mit der x-taste habe ich jetzt hier wieder umgeschaltet schwarz als vordergrundfarbe und wenn ich mit meinem pinsel da jetzt rein malen würde würden viel zu dicke linie entstehen und die wäre ja auch weich das wollte ich also nicht haben wie kann man jetzt so ein haar zeichnen ich mache jetzt einfach mal folgendes ich gehe mal hier in meinen pinsel rein und reduziere mal die größe von diesem pinsel ganz ganz stark auf ein pixel und erhöhe mal die härte so auf vielleicht 70 prozent und jetzt sieht das ganze schon besser aus können wir die härte noch ein bisschen vielleicht reduzieren mal hier 65 so ist schon besser und jetzt brauche ich aber noch diesen leichten übergang dass ihr seht das wenn ich jetzt diese linie hier rein zeichne dann ist die ja überall gleich schwarz und ich möchte aber haben dass die ausblendet am ende und jetzt kann ich folgendermaßen machen ich kann nämlich hier in meine pinsel optionen rein klicken und jetzt habe ich quasi die optionen für dieses pinsel werkzeug was ich jetzt gerade ausgewählt habe dann seht ihr eine dass hier verschiedene kategorien zur verfügung habe und ich mache jetzt einfach mal folgendes ich gehe mal hier in die formeigenschaften rein und bei den formeigenschaften kann ich zum beispiel die größe verändern von diesem von diesen pinsel was ich machen möchte ich möchte einfach haben dass der am ende ausfädelt das erreiche ich indem ich hier wenn ich kein zeichenstift werkzeug jetzt aktiviert habe und das habe ich nicht weil die meisten von euch wahrscheinlich mit der maus und nicht hier mit so einem grafiktablett arbeiten dann sage ich einfach verblassen und wenn ich jetzt eine linie zeichne dann seht ihr wie diese linie am ende ausläuft und wo das ende liegt das kann ich hier mit diesem wert festlegen und dann merkt man jetzt erreiche ich eigentlich das was ich haben möchte sagen wir mal hier 80 prozent vielleicht so das ist ganz cool ok so und jetzt mal ich mir einfach mal hier so ein haar ganz einfaches einzelnes haar und gucken wir noch mal dass das so ein bisschen mehr dieser dieses curly haar ist wie das bei ihm auch ist so so ist eigentlich ganz schön das entspricht so ein bisschen dem haar einfaches haar so und das markiere ich mir jetzt dieses haar zwar so dass ich im prinzip das gesamte haar in meiner markierung drin habe wichtig ist dass es auf weiß liegt dass ich einen weißen hintergrund habe und das schwarze haar ok und wenn ihr das gemacht habt dann könnt ihr hier oben in den bearbeiten dialog gehen und könnt jetzt sagen pinsel vorgabe festlegen ja und das nenne ich jetzt einfach mal hier her oder nennen oder her und man das mal single und curl leicht gebogen ok und können wir mal gucken ob unser haar schon funktioniert machen wir hier meine referenz ebene weg zu mir mal so ein bisschen aus dem bild raus und erzeuge mir mal eine neue test eben oben drüber wenn ich jetzt hier ein maler seht ihr dann kann ich da schon mit dem haar ein malen aber es passiert nicht das was ich eigentlich erwarte dass das haar wie ein haar funktioniert und um das jetzt eben noch hinzukriegen müsst ihr als nächstes hier in den form eigenschaften den pinsel eigenschaften noch ein bisschen weiter arbeiten also gucken wir mal was wir da zur verfügung haben da haben wir einmal die form dass die größe von meinem haar kann ich verändern hier und ich kann den abstand der haare verändern also wie häufig so ein haar quasi gezeichnet wird ich kann die grundrichtung von so einem haar verändern ich kann das von oben oder nach unten zeichnen und jetzt merkt ihr wenn ich das jetzt hier rein zeichne arbeitet es so rum oder es arbeitet so rum ok ich möchte gerne haben dass das haar so um ansetzt dann gehe ich in die form eigenschaften als nächstes und bei den form eigenschaften da habt ihr sogenannte jitter werte jitter werte sind einfach zufalls werte das heißt ich kann jetzt die größe von meinem haar zufällig verändern lassen und zwar 50 prozent zur original größe da merkt ihr kriege ich unterschiedlich große haare gezeichnet ich mache das mal recht groß diesen jitter wert ich kann den winkel vom haar verändern kann sagen okay das soll sich leicht drehen dieses haar guck mal und jetzt kommt da schon so ein bisschen mehr chaos rein das ist schon mal ganz schön der winkel ist vielleicht ein bisschen zu groß verändert und jetzt kommt der eigentlich wichtige punkt ich möchte ja nicht haben dass das haar immer gleich gezeichnet wird sondern ich möchte haben dass das haar in eine bestimmte richtung gezeichnet wird und das mache ich hier bei dem winkel jitter indem ich einfach sage ich möchte gerne haben dass es in der richtung in der ich zeichne gebaut wird guck mal und wenn ich jetzt hier runter gehe dann fängt sich an das haar zu drehen jetzt kann ich mit meiner mausrichtung oder wenn ihr ein stift tablet hat mit der stift tablet richtung regulieren in welche richtung dieses haar sich dreht indem ich die richtung veränder in die ich arbeite super das bringt uns schon mal deutlich weiter jetzt gucken wir mal weiter was wir noch zur verfügung haben wir haben hier noch streuungen mit streuungen da kann ich im prinzip das haar noch nach außen diffundieren lassen und das möchte ich auch gerne machen zwar möchte ich in beide richtungen streuen jetzt schaut mal jetzt springt das haar so ein bisschen in alle möglichen richtungen zack nach oben und nach unten das ist eigentlich für mich ideal so und wenn ich merke dass wenn ich nach rechts gehe baut sich das so auf wenn ich nach links gehe geht das haar nach unten das hat aber nichts hier mit zu tun sondern es hat mit meiner zeichenrichtung zu tun ok das ist genau das was ich eigentlich jetzt haben wollte das lassen wir mal so weit und diese pinsel einstellung die ich jetzt gemacht habe die kann ich mir jetzt hier als werkzeug sichern und zwar heißt das ding ja im moment single curly her das ist aber nur unsere zeichnung quasi also nur dieses eine haa was wir gezeichnet haben wenn ich jetzt diesen pinsel so speichern möchte muss ich hier unten noch auf das kleine plus symbol gehen und dann kann ich das eben nennen her single karl dann hat er hier noch eine nummer hinter angeht nämlich weg ich möchte gerne die pinselvorgabe die pinselgröße noch mit erfassen oder möchte ich das machen ne mache ich eigentlich nicht egal so und die farbe ist eigentlich auch erst mal unwichtig ich sag mal ok und jetzt können wir folgendes machen jetzt können wir nämlich hier uns eine eigene ebene machen muss man ein bisschen aufpassen dass wir ein bisschen ordnung halten in unseren ganzen in unserem interface ich hänge mal hier die pinsel einstellungen weg na kommt so weg mit euch die referenzen machen wir mal zu jetzt sieht das ganze ein bisschen sauberer wieder aus so und jetzt möchte ich hier gerne einfach diese haare ergänzen das mache ich wieder auf einer eigenständigen ebene also neue ebene hier oben drauf und wir hatten ja gesagt die richtung gibt vor in welche richtung wir arbeiten und jetzt möchte ich natürlich die farbe hier aus den haaren auch rausnehmen die er wirklich hat und ich lege jetzt als allererstes mal ein paar hellere farben an dann seht ihr ich hole mir hier mit gedrückter optionstaste alttaste am pc hole ich mir mal so die farbe und wenn ich jetzt hier rein zeichne zack in die richtung gehen die haare in die falsche richtung wenn ich aber in die richtung arbeite dann kommen da so haare raus merkt ihr zack so ihr könnt natürlich auch euren pinsel größer und kleiner machen und habe damit eben größere oder kleinere haare ich kann dem da solche störungen quasi aufs gesicht mal wenn ich das möchte jetzt merkt man das ist noch nicht so ganz realistisch macht nichts weil wir im prinzip eine zu scharfe kante haben werden wir dann gleich noch ein bisschen anpassen aber was ihr damit super machen könnt mit diesem werkzeug was wir uns jetzt gebaut haben ich nehme es gerade noch ein bisschen zurück weil es mir ein bisschen zu viel ist hier ihr könnt natürlich solche störungen da einfach rein zeichnen solche haarstörungen so und warum haben wir das überhaupt gebaut das werkzeug naja wir haben ja von seinen original haaren welche in unsere referenz hier eingepackt ich hole die mal raus gerade diese referenz oder diese original haare so die liegen ja hier im prinzip und was ich jetzt machen kann ist ich kann mir natürlich aus diesen referenz haaren einfach mal so stücke rausschneiden machen wir das gerade mal ich hole mir mal hier oben so ein stück raus mit dem lasso tool so zack da wo es ein bisschen wuschelig ist das passt ganz gut zu dem was ich eigentlich machen möchte steuerung c in die zwischenablage command c beim mac command d aufheben command v command t für transformieren so ich verändere die jetzt einfach drehe die mir hier unten so ein bisschen rein diese haare so und jetzt haben wir da diesen hellen ton drin und ich möchte nur haben dass die dunkleren haare wirken und deswegen wähle ich mir einfach diese ebene aus und sage bitte multipliziert die da mal rein dann merkt ihr wirken die dunkleren pixel stärker also es wird abgedunkelt sozusagen und ich kann mit diesem abdunkeln hier in diese haare reingehen so sagen wir mal hierhin ebenen maske drauf und jetzt könnte ich hier mit der ebene maske mit meinem haar anfangen einfach teile weg zu malen guck mal zack dann bleiben da eben teile von seinem echten haar übrig ich gehe jetzt einfach erstmal aber an den eigentlich richtige in den standard pinsel hier so nehmen wir mal ein bisschen zurück und gucken ob das funktioniert holen wir hier so ein paar grünen tönen weg das nehmen wir noch raus zack funktioniert schon ganz gut eigentlich da ist ein bisschen zu stark der effekt ein bisschen zurück so dann haben wir den teil schon mal ganz gut da rein gebaut ok jetzt können wir hier rechts mal gucken dass wir da vielleicht auch noch das eine oder andere einbauen an haaren die hier so ein bisschen raus sprießen und das machen wir wieder hier auf unserer retusche eben ihr seht ich habe die jetzt alle nicht benannt diese ebene weil wir die jetzt gleich noch im nächsten schritt benennen wenn wir sie alle dann zusammengefügt haben so wie sie zusammen gehören so gehen wir wieder in unser haar das haar finde ich jetzt hier ganz unten herrs single curly das ist mein musik mal überlegen ob das der pinsel war da lass mich gucken ja das unser pinsel ok machen das haar größer und ich arbeite hier einfach so ein paar haare noch ran da bin ich zu weit weg gesprungen zack ich muss glaube ich die drehung ein bisschen reduzieren das springt mir zu sehr weg das haar ihr könnt jederzeit wenn ihr die pinsel vorgabe wieder öffnet könnt ihr darauf wieder ein fluss nehmen drehen wir den winkel hier noch ein bisschen geringer gucken wir mal ob das jetzt besser geht ja so ist besser und drehen sie nicht zu sehr raus nur die haare zack da war machen wir so ein paar rein und hier machen auch noch so ein paar rein zack so und dann haben wir da eigentlich einen sehr schönen Übergang und wenn ihr jetzt mit verschiedenen farben arbeitet ich kann jetzt hier hellere haare mache ich einfach so zwei drei hellere haare noch dazwischen gehen ein bisschen rein dann sieht das deutlich realistischer aus als wenn ihr immer nur mit der gleichen farbe arbeitet ihr könnt solche pinsel auch so bauen dass sie farben berücksichtigen also das was wir jetzt hier machen ist nur ganz rudimentär mal angerissen dass ihr seht dass es überhaupt diese möglichkeit gibt in photoshop dass ihr eigene pinsel bauen könnt wie gesagt dazu könnte ich mal ein ganzes tutorial machen weil das ist einfach ein immens cooles feature in photoshop und ich brauche es eigentlich wirklich für fast alles was ich in photoshop mache baue ich mir meine pinsel und erreiche damit im prinzip oder habe damit die möglichkeit eben ganz eigene sachen in die bilder rein zu malen die sonst gar nicht drin sind okay so abschließender schritt für jetzt wir wollen das auge noch ein kleines bisschen nachschärfen mir gefällt das so noch nicht schieben wir gerade hier noch die haare wieder in das referenz ding rein sowohl liegt das auge drauf hier auf dieser ebene ich gehe also in die ebene rein und jetzt müssen wir mal gucken dafür gibt es hier ein werkzeug es gibt einmal nämlich das weichzeichner werkzeug und das scharfzeichner werkzeug ich wähle das scharfzeichner werkzeug aus reduziere die größe ihr seht die stärke von meinem scharfzeichner steht auf 40 prozent gehen wir mal noch weiter runter jetzt arbeiten wir hier einfach mal so ein bisschen noch an dem auge dass wir da ein bisschen mehr struktur drin haben das mal wieder wissen kleiner so und schaut euch immer an dass es in relation zum rest vom bild passt hier unten noch ein bisschen die wimpern scharf zeichnen so dann gehe ich auch noch eins zwei mal drüber und hier oben diese kante zack hier die kante noch ein bisschen nacharbeiten dann seht ihr alles was wir durch das verzerren und verschieben und formen gitter und diese tools verwendet haben alles was da sich so verändert hat das haben wir jetzt mit dem scharfzeichner selektiv wieder ganz gut aufbauen können und wo es einen scharfzeichner gibt da gibt es auch einen weichzeichner und dann seht ihr der weichzeichner steht jetzt hier auf 100 prozent das ist mir zu stark möchte ihn gerne auf 30 prozent haben und da gehe ich jetzt hier mal in meine haarkorrektur rein mache auch meinen pinsel etwas kleiner und gehe hier über diese reingemalten haare so ein bisschen drüber und dann merkt ihr kriege ich damit im prinzip diesen übergang viel realistischer hin in relation zu den haaren die da schon drin sind vergesst nicht wir sind jetzt hier extrem reingezoomt hinterher werdet ihr das überhaupt gar nicht mehr sehen da fällt mir ein letzte kleinigkeit noch wir haben ja da oben auch noch so ein paar stellen wo wir eigentlich das mit den haaren hätten noch ein bisschen einsetzen können das machen wir gerade mal noch mit meinem pinsel denn hier oben hatte ich ja im prinzip die haare auch rausgenommen wir holen uns wieder eine farbe die in den haaren drin ist ich nehme erstmal die hellen töne so und arbeite hier so ein paar haare drauf zack dass das dieser übergang ein bisschen cooler aussieht größerer pinsel ein paar größere haare dazwischen halt falsche richtung so zack machen wir das mal so und jetzt noch ein paar dunklere töne hier hin nochmal da rüber so und arbeiten auch da oben noch so ein paar dunklere rein gucken wir mal wie das jetzt aussieht das ist fast ein bisschen viel geworden da in dieser lücke die zwei sollen weg kann man den schritt noch rückgängig machen so da ist gut und auch hier weichzeichner werkzeug größer stärker machen wir gleich 50 prozent mal drauf gehen hier über diese haare rüber zack und dann verschwinden die so ein bisschen hintergrund ah und dann sieht es doch eigentlich so ganz cool aus da oben haben wir noch eine kleine ecke müssen wir mal gucken wo die herkommt die scheint hier zu fehlen nehmen wir unser reparatur werkzeug und schließen das noch so und ich würde sagen jetzt haben wir eigentlich einen richtig guten job gemacht wir haben eine ganze menge werkzeuge kennengelernt eine ganze menge tools kennengelernt deswegen ist dieser abschnitt auch ein bisschen länger gewesen so und wie wir das raster aufs gesicht bekommen das seht ihr dann im nächsten teil von diesem tutorial the watcher das ist ein bisschen besser wir haben wir haben lord das ist was das ist dass das ist dann